was geht meine freunde und herzlich willkommen auf meinem kanal den yogi ist mal wieder back am stil für euch heute wieder aus dem ls 22 und von unserem schönen aber kleinen landhof projekt hier ja mein kleiner höchstpersönlicher realismus selbstversuch streitet aber so sicher voran wie samen in der kirch wir haben in der letzten folge ein bisschen probleme gehabt mit der netzfolie hier für den kuhn wie mir immer noch nicht sicher ob ich die kuhn presse die vb 31 90 schon voll mit netzfolie gekauft habe hatte ich irgendwie nicht auf dem schirm muss ich mal noch mal nachschauen dann in der wiederholung nichtsdestotrotz geht es heute rein ins ballen pressen jetzt gucken wir mal was der kollege hier so zustande kriegt einmal anschalten einmal ablassen ich weiß gar nicht ob der das von alleine ausschmeißt so ich will ein bisschen zu machen da brauchen wir nicht so schreien hat er irgendwie automatische ablage abschalten so das will ich mir jetzt mal angucken mit der netzfolie ach ja guck mal so sieht es jetzt aus geile geschichte so muss es aussehen herrlich dauert natürlich länger mit der folie aber hat halt auch was so weiter geht's 18 km h arbeitsgeschwindigkeit weiß ich jetzt nicht ob das wirklich so realistisch wäre pro bahn zwei ballen ist auch nicht verkehrt ich liebe es ist das entspannt gerade ungemein so das ganz gemütliche ballen pressen wie das ganze ich dann abholen weiß ich noch nicht ähm wir müssen mal schauen ob wir unseren zweiten siebelsäufer umkonfigurieren können das weiß ich aktuell nicht auswendig dann würde ich das wahrscheinlich mal wieder versuchen so wie sie es gehört vom feld runter zu nehmen das ist ja keine mit zwei kammern ne wo ich einfach weiterfahren könnte ich glaube nicht erstmal kurz angucken wollen wir gleich ein bildchen machen wenn wir eh schon grad da sind so vielleicht dass man auch sieht zack kann ich immer noch das schönste hobby ne im ls bilder machen bilder 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 wenn ihr da mal bilder habt ne gerne in meinem discord posten da gibt es extra einen community bilderbereich dürft ihr mir gerne mal zeigen wie ihr so unterwegs seid discord link findet ihr unten in der beschreibung tja äh kriegt ihr auch immer am schnellsten die neuesten informationen rund um meinen kanal so das reggele nehmen wir mit da lassen wir nichts liegen jetzt können wir gleich mal gucken ob ich jedes mal noch ein Stückchen zurückfahren müsste oder ob das so geht jetzt nicht ist die kammer verstopft jetzt ist die kammer verstopft mal wieder so weiter geht's vollgas die zeit rast uns so langsam aber sicher davon um 18 uhr rum soll es anfangen zu regnen bis dahin sollte das zeug na klar runter vom Feld also wir stehen so ein bisschen unter zeitdruck weil das frischgras das äh das klee das können wir auch als frisch klee verfüttern das wäre jetzt nicht ganz so tragisch aber mir geht es halt um das stroh das würde ich gar nicht trocken reinbringen nachdem wir schon so gutes wetter bisher hatten ach ja wir wollten eigentlich mal nur schauen ne wie der ertrag war im oberen feld lass mal gucken der ertrag war hier oben ich hatte eigentlich dachte da waren wir besser unterwegs der ist nur bei 90 prozent gewesen hier unten waren wir besser da waren wir 110 115 teilweise sogar 120 prozent ok naja man muss nicht mal was was halt da ist da haben wir nicht ganz so gut geschafft wahrscheinlich dann ist es halt so man sieht ne man erntet was man sieht so was ach komm hier mal schnell die spur so verzwirbel ich mich so dermaßen die Netzfolie reicht halt auch jahre und tage ne das hätten wir uns gar drauf gebrauchen das wäre jetzt zum beispiel so ein punkt wo ich mir eintragen würde ähm in meinen discord in mein tool ähm wieviel Netzfolie ich jetzt zum beispiel für dieses Feld bräuchte gebraucht habe damit ich beim nächsten mal weiß das bräuchte ich halt kaufen Reufüllung reicht die zweite palette da die hätte man gar nicht gebraucht das ist einfach als 3000 euro in den Sand gesetzt Todeskapital weil das da oben ein Beene rein stellen ne auf den Dachboden und da versauert es so vor sich rum Spenner hocken rein aber wir selber können nichts damit anfangen und da haben wir kleines in die klasse in die Bühne verraten oder oder aber nicht schweig abfall zu Ich war ja eigentlich gedüngt hier das Zeug zu verkaufen 2, 4, 5 irgendwo ist es 6, 7 haben wir aktuell, mal gucken ob sich das überhaupt lohnt oder ob wir das selber benutzen Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Stroh bei uns überhaupt schon mal eingelagert haben Ja, ansonsten würde ich mal ganz kurz ein Thema aufgreifen wollen Ich habe es vorhin kurz angesprochen Ich freue mich auf eine neue Seitenkonsole und da möchte ich schon mal so ein bisschen anspoilern Ich war vor kurzem Zreitlinge Neue, eh, Zreitlinge Zreitlinge Entschuldigung, Zreitlinge und habe mich mit dem Rafi getroffen Einer, der ist Informatiker und Elektrotechniker und der baut Seitenkonsole und ich habe mich ja mit ihm und seiner Frau getroffen ganz super sympathisch ganz gemütlich haben wir Kaffee miteinander getrunken und über alles mögliche geschwätzt So ratzfatz war anderthalb Stunden rum Das ging so schnell Ein richtig gutes erstes Date waren wir uns einig und wir waren uns einig dass wir zusammen mal ein bisschen was aufbauen und uns das Ganze angucken was wir da zustande bekommen und das würde ich euch dann mal so nach und nach ein bisschen zeigen wollen Interessant Es kann auf jeden Fall interessant werden für euch aber ich bin da klar aus einer Position wo ich mir das erstmal angucken muss Ich könnte das jetzt ja alles wunderschön reden aber anhand von Bildern ist es halt nichts Raffi hat ein paar Joysticks mitgebracht wo ich schon mal so Hand anlegen durfte waren ein paar schöne Dinge dabei da freue ich mich sehr drauf aber unterm Strich muss man das Ding erstmal testen und bespielen da kannst du auch mehr dazu sagen und das wollen wir tun Ich bin jetzt wahrscheinlich wenn ihr das Video seht bin ich noch im Urlaub und nach dem Urlaub geht es dann los Ich zeige euch so ein bisschen wie wird die Internetseite präsentiert wie aus der Sicht vom Kunde Wie bestelle ich das Ganze Ist es einfach Ist es so ein bisschen praktikabel weil aus der eigenen Sicht Mir geht es ja mit meinen Maps auch so Da verliert man irgendwann den Blick dafür und dann ist es immer schön wenn von außerhalb jemand kommt und sagt Du, bei der Bestellung da hapert es ein bisschen da komme ich nicht ganz klar Vielleicht könntest du das so oder so ändern und ich aus meiner Branche Qualitätstechnik ist es halt so Mir ist es dann auch wichtig und das habe ich halt dem Rafi auch gesagt Ich möchte dir klar und deutlich auch ins Gesicht sagen dürfen wenn irgendwo was schief läuft wenn irgendwo was nicht passt und wir sind uns absolut einig dazu dass ich das genauso machen darf weil nur so kann er sich auch verbessern Also da wollen wir ganz offen dann auch in die wenn möglich wenn nötig in die Kritik gehen dass man sich da verbessern kann aber ich freue mich da wirklich drauf euch da was zu zeigen können und ja mein Spielerlebnis auch wieder ein bisschen erweitern und wie gesagt ich glaube das wird ganz ganz interessant für euch so bedeutet habt ein bisschen Geduld so Ende September geht das Ganze dann los und dann schauen wir uns das Stück für Stück an Wir haben schon so ein kleines Konzept uns schon mal aufgestellt wie gesagt von Beginn der Bestellung bis zur Anlieferung wie kommt denn das Zeug überhaupt bei uns an ist es ordentlich verpackt und so weiter Es ist halt heutzutage gang und gäbe dass bevor man sich irgendwas kauft guckt man sich das auf YouTube zum Beispiel an das mache ich selber auch dass man nicht die Katze im Sack kauft schon gar nicht wenn das vielleicht ein paar Euro mehr kostet dann guckt man lieber vorher mal drauf und genau aus der Sicht möchte ich das auch machen So Ja ich hatte das ja schon hier und da mal so ein bisschen angespoilert angeteasert in den Streams Ihr hattet ein Video gesehen auf Instagram wo ich losgefahren bin so ein kleiner ja so ein kleines Warm-up Ich möchte es halt auch erst zeigen dann wenn es da ist Also wenn ihr da irgendwie eventuell ne ich kann ja aktuell nur aus so hätte hätte Fahrerkette eventuell äh Situationen sprechen wenn ihr vorhabt euch eine Seitenkonsole zuzulegen dann wartet einfach mal nur ein bisschen ab guckt euch das an ganz neutral vielleicht vielleicht könnte das was für euch sein also ich sag's nur mal so unterm Strich preislich sehr attraktiv sehr attraktiv zu mehr kann ich ja noch nichts sagen ne bloß weil ich jetzt einen Joystick in der Hand hatte kann ich nicht sagen das Ding ist gut muss ich hier nochmal ein bisschen Platz machen das sehe ich schon kommen muss ich hier noch ein bisschen Platz machen das Ding ist ein bisschen größer als meins dann klar aktuell spiele ich mit der Seitenkonsole von Logitech Schrägstrich Sightech ich habe hier den Logitech 3D ähm Joystick noch on top und dann war's das schon mehr hab ich gar nicht ach halt noch den Schiff den Schiff da dazu ja da kommt jetzt doch ein bisschen mehr runter das freut mich da sind wir auf jeden Fall ein bisschen versorgt ein bisschen was habe ich noch zu tun das obere Feld muss dann auch noch gepresst werden beziehungsweise vielleicht machen wir da auch oben nur Lose dass wir auch so ein bisschen flexibel bleiben ne vielleicht die Ballen verkaufen und das Lose bei uns einlagern das gucken wir einfach mal dann gut Freunde wir sind aber auch schon wieder über der Zeit heute so ein bisschen ein Talk über die Konsole was da so kommen könnte und kommen wird in dem Sinn wenn's euch gefallen hat gerne ein Like auf das Video da lassen ich würde mich saumäßig freuen äh Abole kostet wie immer nix und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder macht's gut bis dann eui ciao